ein liebes hallo liebe freunde die nächsten drei tage sind wir ein bisschen ein kulturtrip das heißt das motorrad kommt ein bisschen im hintergrund wir seien jetzt in athen gerade am fuße der akropolis wir werden uns die nächsten drei tage ein bisschen mit den sehenswürdigkeiten von athen beschäftigen das natürlich auch im video festhalten hoffentlich kriegen wir schöne drohnen aufgenommen die pocket werden wir natürlich auch ein bisschen beschlag nehmen und würde uns freuen wenn ihr uns auch ohne moped mitverfolgt in dem sinne wir hören uns wieder liebe grüße aus athen so 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 Ich wollte noch eines festhalten, also meine Frau ist eine Sensation, also wir haben 38 Grad und die kämpft sich da durch und sie hält da durch, sie ist einfach die Beste und die Größte, was es überhaupt gibt, das muss man ganz einfach genau so sagen. Aber also, ich liebe dich, du bist die Beste.